Wir sind ein Angebot, das sich an Geflüchtete richtet und ihnen dabei hilft, dass sie sich gut vorbereiten können, gut orientieren können für eine Ausbildung in Berlin. Wir haben zum Beispiel Projekte für den Bereich Handwerk, wir haben Projekte für den Bereich Gastronomie, für den Bereich SHK, für Unternehmen selbst, für Gesundheit und Soziales, um einige zu nennen. Projekte für den Bereich